Also auch die Daten, die wir dort gewonnen haben, also das für Menschen werden wir veröffentlichen auf unserer Homepage. The bottom line is the technology, the system is fully charged, the water is fully charged. Also wenn das System voll geladen ist, dann werden wir null CO-Monoxid und auch nahezu null CO2, keine Hydrocarbonen und der Sauerstoffgehalt steigt. Also egal mit welchem Mechanismus das geschieht, es ist eine Transmutation festzustellen. Das ist ein Oxygen, wir haben ein hohes Immobilien von Sauerstoff, der von niedrig zu hoch steigt wird, umgekehrt. Der Kohlenstoff an hohem Anteil zu einem sehr geringen Anteil. No carbon at all on the jet turbines. Das heißt, wir könnten also no carbon at all kohlenstofffreie Flugzeugantriebe machen. So kohlenstofffreie Motoren. No particulate carbon in the air. Und keine Kohlenstoffartikel mehr in der Luft. Und damit wirkt ein Verbrennungsmotor sauberer als jener bei der Energietechnologie. Das ist doch eine Aussage. Und das Argument, was dafür spricht, ist, dass zum Beispiel Diesel die hundertfache Energiedichter hat von den besten Batterien, die wir heute haben. So it's appropriate to come to Zurich to announce the technology for Europe. Because it's producing alpine air. Alpine air. Also, meine Maschine produziert alpine Luft. Also, meine Damen und Herren, wir sind sehr dankbar für alle, die in dieser Konferenz teilzunehmen. Die originalen Invitation, die ich bekommen habe. Also, bitte an die Einladung zu dieser Konferenz. Die Hilfe von Thorsten, von den anderen Team, von der Albuquerque Konferenz. von der nel Entfernung im Hallen von Thorsten und Anbieter. Wir werden in die kommerzielle Produktion eintreten. Das ist ein Gestalt für die Industrie. Wir gehen zum Motor. Wir starten mit einem kleinen Motor. Wir arbeiten aber gleichzeitig an einem kleinen Motorrad. Jetzt haben wir auch einen kleinen Motorrad. Aber wir wollen es erst als kleiner Generator. Denn es ist schwerer für die Installation zu stoppen. Die kleine Motorräder mit Regulatoren. Denn man kann es wiederholen. Also, wir haben die Mousetrap. Wenn jeder weiß, dass die Generators nicht einfach unterdrücken oder verhindern lassen. Wenn jeder weiß, dass die Generators nicht funktioniert. Oh, sorry. Hier ist die Honda Generator. Hier sind die Ergebnisse mit dem Honda Generator. 9.3% CO2 zu 0. 5.48% CO2 zu 0. 20.97% CO2 zu 0. 20.97% CO2 zu 0. 199% CO2 zu 0. 199% CO2 zu 0. Das ist die erste Gestalt. Das sind die Ergebnisse von unseren Tests. Also Wissenschaftliche Resultate. So, und Sie sehen, Sie sehen, sehr viele Resultate. Tip Gas, ja. So, der Tip Gas. So, wir können von Rubbish-Tip zum Gas mit all der Pollution in es. Depone Gas. Und hier braucht dieser Honda Generator unter mit Depone Gas. Und das ist bekanntermaßen auch dreckig. So ein Gas umwandeln ist Sauerstoff. Kannst du im Grunde jedes Gas nehmen und umwandeln. Das bedeutet für Flaregas, Oilwells, jet-enginen, 4-generators, large-generators, ship-enginen. Es ist eine neue Industrie-Revolution. Denn es gibt keine Entschuldigung mehr, zu cancelen die internal combustion-enginen, die verbrengungsmotor abzuschaffen. Und das ist sehr unpopulär in bestimmten Bereichen.